Willkommen auf unserem Kanal. Wenn Sie sich für Auto-Gadgets und Technik begeistern, sind Sie hier genau richtig. Heute tauchen wir in einige der innovativsten Auto-Zubehörteile ein, die Ihr Fahrerlebnis verändern können. Von verbesserter Sicherheit bis hin zu mehr Komfort bieten diese Gadgets für jeden Fahrer etwas. Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche Abonnieren zu klicken, dieses Video zu liken und mit anderen Auto-Enthusiasten zu teilen. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, sehen Sie sich unsere vorherigen Videos an, um weitere großartige Inhalte zu erhalten. Das POKI Auto Gadget ist ein vielseitiges Tool, das Ihr Fahrerlebnis verbessert, indem es sich nahtlos in Ihr Fahrzeug integriert. Dieses kompakte Gerät fungiert als Hub für alle Ihre intelligenten Gadgets und ermöglicht Ihnen die Steuerung von Musik, Navigation und sogar Ihres Telefons mit nur einer einfachen Berührung oder einem Sprachbefehl. Das intuitive Design von POKI sorgt dafür, dass Sie sich auf die Straße konzentrieren und gleichzeitig den Komfort der Freisprechfunktion genießen können. Seine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Apps und Geräten macht es zu einem unverzichtbaren Upgrade für jedes Auto und macht Ihre Fahrt zu einem intelligenten, vernetzten Erlebnis. Der Waterport Weekender ist ein echter Game Changer für Outdoor-Fans und Reisende. Dieser kompakte Wassertank lässt sich einfach an Ihrem Fahrzeug befestigen und bietet bei Bedarf einen Wasservorrat von 2,5 Gallonen. Seine Hochdrucksprühdüse liefert einen kräftigen Wasserstrahl, der sich perfekt zum Abspülen von Ausrüstung, Händewaschen oder sogar zum Autowaschen eignet. Der Tank ist auf Langlebigkeit ausgelegt, verfügt über ein robustes, UV-beständiges Design und wird mit einem integrierten Pumpensystem geliefert, das zuverlässige Leistung gewährleistet, egal wohin Ihre Abenteuer Sie führen. Sein vielseitiges und benutzerfreundliches Design macht ihn zu einer unverzichtbaren Ergänzung für jeden Roadtrip oder jedes Camping-Setup. Die Goatbox Co Basecamp Kühlbox ist eine beeindruckende Ergänzung für jeden Roadtrip oder jedes Outdoor-Abenteuer. Diese robuste Kühlbox ist robust gebaut und hält rauen Bedingungen stand, während sie ihre Speisen und Getränke tagelang kühl hält. Ihr geräumiger Innenraum sorgt für reichlich Stauraum, während die Hochleistungsisolierung auch bei extremer Hitze niedrige Temperaturen aufrecht erhält. Die Kühlbox verfügt über langlebige, leicht zu reinigende Oberflächen und einen praktischen Ablassstopfen für mühelose Wartung. Ihr vielseitiges Design umfasst starke Griffe und sichere Verriegelung, was Sie zu einer zuverlässigen Wahl für jede Reise macht, egal ob Sie zu einem Campingplatz fahren oder bei einem Spiel auf der Straße feiern. Die CarCam verändert die Situation für Autofahrer und bietet eine zuverlässige Möglichkeit, jeden Moment auf der Straße festzuhalten. Dank hochauflösender Videoaufzeichnung und Weitwinkelobjektiv wird kein Detail verpasst, egal ob es sich um einen Unfall, eine Fahrt durch die Landschaft oder einfach nur um den täglichen Weg zur Arbeit handelt. Dieses kompakte Gerät verfügt außerdem über Nachtsicht und Bewegungserkennung und ist somit ein Muss für Ihre Sicherheit. Außerdem ist es einfach zu installieren und zu bedienen, sodass Sie sich auf jeder Fahrt beruhigt zurücklehnen können. Der Untersitz Subwoofer ist ein innovatives Autogadget, das Ihr Audioerlebnis verbessert, ohne viel Platz einzunehmen. Dieser kompakte Subwoofer wird diskret unter Ihrem Autositz installiert und liefert tiefe, kraftvolle Bässe, die Ihre Musik zum Leben erwecken und jede Fahrt angenehmer machen. Sein schlankes Profil sorgt dafür, dass er bequem unter die meisten Sitze passt und seine anpassbaren Einstellungen ermöglichen es Ihnen, den Klang nach Ihren Wünschen anzupassen. Mit seiner einfachen Installation und beeindruckenden Klangqualität ist der Untersitz Subwoofer ein fantastisches Upgrade für jedes Auto-Audiosystem. Die GoPump ist ein bahnbrechender Fortschritt für Fahrzeugbesitzer und wurde entwickelt, um das Kraftstoffmanagement zu vereinfachen. Mit diesem kompakten, hocheffizienten Gerät können Sie Kraftstoff präzise und einfach direkt in den Tank Ihres Autos pumpen. Die integrierte Digitalanzeige sorgt für genaue Messwerte, während die automatische Abschaltfunktion ein Überfüllen verhindert und so Zeit und Geld spart. Ob unterwegs oder zu Hause, das benutzerfreundliche Design und der wiederaufladbare Akku der GoPump machen Sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um den optimalen Kraftstoffstand aufrecht zu erhalten und Ihr Fahrerlebnis zu verbessern. Der Baseus Notfallhammer ist ein unverzichtbares Auto-Gadget, das Ihnen in einer kritischen Situation das Leben retten kann. Dieser Hammer ist mit einer scharfen Wolfram-Stahlspitze ausgestattet und kann Autofenster mit einem einzigen Schlag zertrümmern, sodass Sie im Notfall schnell entkommen können. Dank seines kompakten Designs lässt er sich leicht in Reichweite aufbewahren und verfügt sogar über einen Sicherheitsgurtschneider, der Sie befreit, wenn Sie eingeklemmt sind. Mit seiner robusten Konstruktion und multifunktionalen Verwendung ist der Baseus Notfallhammer ein kleines Werkzeug, das einen großen Unterschied machen kann, wenn es auf Sekunden ankommt. CarWink ist das ultimative Auto-Gadget, das Ihrem Fahrerlebnis einen Hauch von Persönlichkeit und Kommunikation verleiht. Dieses kleine LED-Display wird an Ihrer Heckscheibe angebracht und ermöglicht es Ihnen, vorprogrammierte oder benutzerdefinierte Nachrichten mit nur einer Handbewegung an andere Fahrer zu senden. Ob freundliche Begrüßung, höfliche Warnung oder einfaches Dankeschön, CarWink hilft Ihnen, sich auf der Straße sicher und kreativ auszudrücken. Es ist sprachgesteuert, einfach zu installieren und eine unterhaltsame Möglichkeit, das Fahren interaktiver und angenehmer zu gestalten. Die Racebox ist ein fortschrittliches Auto-Gadget, das Ihr Fahrerlebnis durch präzise Daten- und Leistungsverfolgung verbessern soll. Dieses kompakte Gerät bietet Echtzeit-Telemetrie, einschließlich Rundenzeiten, Beschleunigung und Kurvenkräften, sodass Sie Ihre Fahrkünste und die Fahrzeugabstimmung optimieren können. Mit Ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und GPS-Genauigkeit hilft Ihnen die Racebox dabei, Ihre Fahrmuster zu analysieren und Verbesserungen zu verfolgen, was Sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Enthusiasten und Profis gleichermaßen macht. Egal, ob Sie auf der Rennstrecke oder auf der Straße sind, die Racebox liefert wertvolle Erkenntnisse, um Ihre Leistung zu optimieren und Ihr Fahrspiel zu verbessern. Danke fürs Zuschauen! Wir haben heute eine Reihe unglaublicher Auto-Gadgets erkundet, darunter das vielseitige Poki, das interaktive Carwink und den lebensrettenden Basius-Notfallhammer. Wir haben uns auch den Disc-Glock für die Sicherheit, den Goatbox Co-Cooler für Abenteuer und vieles mehr angesehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen hoch und hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Abonnieren Sie uns und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, um über unsere neuesten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!